Hier habe ich jetzt mal ein Hindernisparcours aufgebaut für Shadow, maximale Höhe 50 cm. Shadow sieht jetzt gerade nicht sehr begeistert aus, wie man sieht, aber das schaffen wir schon. Einige Hindernisse habe ich so aufgebaut, dass sie zu zweit aneinander stehen. Dann haben wir die größere Chance, dass Shadow da auch wirklich drüber springt. Shadow da auch wirklich drüber springt. Shadow da auch wirklich drüber springt. Da Shadow jetzt schon zweimal gegen diese Holzlatten gesprungen ist, habe ich ihm jetzt vorne und hinten Gamaschen angezogen und vorne noch Hufglocken. Und dann habe ich espaço Untertitelung. BR 2018 Super! Fein! Super gemacht! Hallo, ihr fein Glaser! Super! 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 Vielen Dank.